Der Schock sitzt tief. Mitten während sie im Nizza-Urlaub ist, wird bei ihr zu Hause eingebrochen. Die Rede ist von ÖVP-Spitzenpolitikerin Caroline Edstadler. Auf ihrem Handy musste die Ministerin live mit ansehen, wie zwei Täter in ihre Wiener Wohnung eingedrungen sind. Es ist Mittwoch, 10 Uhr vormittags. Die ÖVP-Politikerin ist gerade im französischen Nizza, der Perle der Côte d'Azur, auf Urlaub. Eine angenehme Brise bei Postkartenwetter vom Mittelmeer macht die angesagten 30 Grad erträglicher als die Backofenhitze im mehr als 1000 Kilometer entfernten Wien. Doch plötzlich würde sich wohl auch die Ministerin wünschen, doch in Wien zu sein, denn aus ihrer Wohnung gibt es eine Einbruchswarnung. Auf ihrem Handy bekommt Ministerin Edstadler live via ihren Web-Überwachungskameras in der Wohnung zwei mit Schals und Kappen vermummte Männer übertragen. Einer greift sehr zielgerichtet in Richtung Kamera, dann bricht das Bild ab. Die 42-jährige Salzburger Ministerin benutzt die Stadtwohnung als privaten Rückzugsort bei längeren Regierungsarbeiten. Die Bilder aus der Überwachungskamera und genetische Sporen werden jetzt ausgewertet und im Visier des Staatsschutz- bzw. der Ermittler des Landeskriminalamtes stehen Bauarbeiter. Wenige Wochen vor dem Coup ließ Caroline Edstadler nämlich Umbauarbeiten durchführen.